Wir machen jetzt schon ein Musikvideo zusammen, Louis. Ja. Ich bin raus. Du machst ein Musikvideo. Oh, er filmt schon. Wir müssen das Motto ist, ich darf alles sein und dankbarkeit. Okay. Ich darf alles sein, darf alles sein, darf alles sein. Come on, 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 alles sein, alles sein, dankbarkeit gepredigt, steht in Konzertik, Konzertik. No, kill up. Ich darf alles sein I said that now already Yo Camo Yo Camo Yo Camo Ich darf alles sein Luis Luis, nicht an den Sitz drangehen, okay? Oder, nee, nee, stopp! Ist jetzt wichtig! Ist jetzt wichtig! Dankbarkeit gedreht! Dankbarkeit gedreht! Steht und zählt! Meine These besteht! Flamingo Life! Flamingo Life! Flamingo Life! Flamingo Life! Ja, vom Texte schreiben bis zu einem vollständigen Werk ist es ein langer Weg. Aber jeder Schritt, in der Boy geht, ist ein wertvoller. Und am Ziel angekommen, ist der Wert nicht mehr in Worte zu fassen. Ich habe ein Syndrom glaube ich nicht drauf, aber... Ja, ja, also so. Manche Dinge laufen wie am Schnürchen. Bestätigt! Meine These, bestätigt! Okay, nice! Während andere dem Boy-Kopf-Zerbrechen bereiten. Und in diesem Fall ruft er die Boys zu Hilfe. Gehen wir zu Simon! Ja, ohne die Boys wäre das alles nicht möglich. Und deshalb will der Boy auch nochmal ein extra Dankeschön ausrufen an dieser Stelle. Ein riesen Haufen Dankbarkeit geht an Obo, an Ole, an den Boy und an Louis. Dankbarkeit gepredigt, stetig und zählig, damit die These besteht. Denn so erlebt wird, was ein Segen diese Welt ist. Ja, was ein Segen zu verstehen, dass das Selbst ist, es zu lieben und zu sehen. Wenn du von da vorne so hergefallen kommst. In dem Flamingo-Life geht es vor allem um eins. Die Freude zu suchen, die Freude zu finden, sich ihr bewusst zu werden und sie dann ins Außen zu legen. Eigentlich so in der Solo einmal, right? Ja. Ja, genau. Das ist nicht immer so einfach auf der Erde. Aber der Boy ist sich bewusst, dass er sein eigenes Glückes Schmied ist. Für den Boy gibt es zwei grundlegende Glaubensmuster, die für unsere Wahrnehmung der äußeren Realität sorgen. Einerseits gibt es die Möglichkeit, sich hilflos ausgeliefert zu fühlen gegenüber dem System, der Gesellschaft, der Erziehung, dem sozialen Gefüge, der Natur des Menschen, den Gesetzen, den Partner, dem Freundeskreis, dem politischen Spielfeld und was uns eben sonst noch so als Störfaktor oder Sündenbock in den Sinn kommt. Untertan zu sein von Naturgesetzen oder anthropologischen, sich verselbstständigten Abläufen führt früher oder später zu einer unüberwindbar geglaubten Abhängigkeit, die zu einem scheinbaren Selbstläufer wird. Das Spannende dabei ist, es nicht mehr so erkennen zu können und das Externe für die eigentlich eigene Manifestation verantwortlich zu machen. Leider ist dies nicht adäquat zu dem, was potenziell möglich ist und zu dem gleichzeitig bereits da ist. Obwohl diese Art der Manifestation als Erfahrung aktuell sehr verbreitet ist, gilt sie für den Boy dennoch als altmodische Art und Weise Realität zu gestalten. Sie wurde sehr stark im Christentum und mit der Überlieferung in Schrift durch manche fragwürdige Aussagen in der Bibel ins menschliche Kollektiv eingeprägt. Der Boy will nicht sagen, dass die Bibel kein faszinierendes Werk ist, sondern nur, dass alles der Kraft des Wandels ausgeliefert ist, inklusive einst heilige Schriften. Die Opferrolle zu transformieren in eine vollständige Integration der eigenen Schöpfungsverantwortung ist ausschlaggebend für eine positive Veränderung auf dem Planeten Erde. Zumindest denkt sich das der Boy und ist davon warum auch immer überzeugt von. Zu irgendwas sollte gestanden werden, vor allem im Rap-Game. Also höchste Zeit, sich vom Opferlamm zu verabschieden. Denn auf der anderen Seite ist es möglich, das Opferbewusstsein komplett zu entlassen aus dem eigenen Wesen und vollständig seiner schöpferischen Kraft bewusst zu werden. Jeder ist ein Funke der Quelle und auf ewig mit ihr verbunden. Jede Tat, jeder Gedanke und jedes Gefühl haben also unmittelbare Auswirkungen auf das Erlebte, sowohl im Einzelnen als auch im Kollektiv, bis hin zum Multiversum. Somit haben wir stets volle Kontrolle über unser Erfahrungsspektrum, wenn alle Ebenen unseres Seins mit einbezogen und integriert sind. Dadurch wird dann eben jeder seines Glückes Schmied. Eine Idee, die dem Boy bis heute sehr gut gefällt und an der er festhält. Das sind keine Leute. Und um dieses Glück zu schmieden, bedient er sich nicht nur der Hilfe seiner Boys, sondern auch anderen Hilfsmitteln. Sozusagen wie ein Talisman, der ihm Glück bringt. So hat der Boy stets ein Altar bei sich stehen. Ganz besonders viel Faszination bereiten ihm die Bambussmoker, die von einem Familienbetrieb auf der Il Yagrangi hergestellt werden. Und nebendran, nicht weit davon, darf auch eine nicht fehlen. Die Isis aus Ägypten. Sie spreadet die Love und lehrt dem Boy bedingungslose Liebe. Ein Altar ist für den Boy was sehr heiliges. Hier kann er Gebete sprechen und Visionen in die Zukunft projizieren, die er versucht ins Hirn jetzt zu holen. Mit jedem Jahr füllt sich die Tasche ein bisschen mehr. Dafür benutzt er verschiedene Gegenstände, so wie Steine. Diese können natürlich sein oder auch ganz besondere Steine, die in geometrischen Formen angefertigt wurden und von Menschenhand erschaffen sind. Mit jedem Jahr füllt sich die Tasche ein bisschen mehr. Das mach ich dann eh schnell. Mit jedem Jahr füllt sich die Tasche ein bisschen mehr. Vom Meer auf die Hügel, vom Berg an die See. Von der Spree nach Schottau. Die Beile wird größer, es läuft dem Pottonik. Bevor es los geht noch ein Schluck von dem Tee. Mit Propellern geht's zurück, bin an Bord mit Rapé. Propellern geht's zurück, bin an Bord mit Rapé. Seit fünf Jahren schon ist der Boy offiziell Stammesmitglied bei den Hunigqueen. Mit Propellern geht's zurück, bin an Bord mit Rapé. 5 t fuerte und bei den Niederln geht's zurück. 6 3 45 Lerne vom Urwald, hausch an den Staunen, so erstaunen, was er kann, vertrau dem Baum. Dort hat er gelernt, die Welt aus einer ganz neuen Perspektive wahrzunehmen. Und nun schätzt er die Pflanzenwelt mehr wert als jemals zuvor. Es ist schon faszinierend, die Stille während einer S-Bahn-Fahrt. In Brasilien, im Dschungel, gibt es keine Stille. Ebenso in Rio de Janeiro. Stille ist ein sehr deutsches Phänomen, aber hier kann der Boy viel Inspiration und Kraft schöpfen. Die Stille bringt dem Boy Klarheit und auch eine Art Frieden. Es ist schon verrückt, dass eine Gesellschaft wie Deutschland, die im Waffenexport ganz oben mit dabei ist, sich ein friedvolles Volk nennt. Aber andererseits kennt man Frieden auch nur durch den Krieg und weiß Frieden umso mehr wert zu schätzen, wenn man jahrelang Krieg erlebt hat. Letztes Jahr hat der Boy seinen Opa verloren und damit auch ein Teil der Geschichte. Das Leben ist schon komisch. Irgendwie ist es seitdem nicht das Gleiche. Aber es impliziert eine Chance, nach vorne zu schauen, in eine ganz neue Zukunft. Das Alte komplett hinter sich zu lassen und eine neue Erde zu gebären. Freie Energie, Weltfrieden und Kontakt mit Außerirdischen. In so einer Welt würde der Boy gerne vor seinem Abgang noch leben. Ich meine, das Leben geht echt irgendwann vorbei. Und so viele Leute folgen einfach nur dem Leitfaden des Systems. Hinterfragen nicht, was sein könnte. Finden sich ab. Mit dem, was ist. Eigentlich eine sehr feine Art zu existieren. Alles so hinnehmen und akzeptieren, wie es ist. Sehr spirituell auch aus einer gewissen Perspektive. Aber für einen Träumer ist das nichts. Ein Träumer ist stets ein Optimist und projiziert ständig eine extrem abgefahrene Zukunft. Unermüdlich folgt er diesem Traum. Ein Traum, der schöner nicht sein könnte. Denn der Boy ist sich absolut sicher und ist vollkommen überzeugt, dass wir in so einer friedvollen, bewusstseinsexpandierenden und offenen Welt leben könnten. Und wenn wir unseren Emotionen wieder freieren Lauf geben würden, unserer Freude folgen würden, das, was uns begeistert, was aus dem Herzen kommt, dann wäre diese Welt auch nicht mehr weit entfernt. Verstaut Emotionen, fließen in Liebe. Die Welt fühlt sich vertraut wieder an. Ja, wenn wir uns unserer eigenen Natur wieder bewusst werden, vor allem uns selbst, aber auch den anderen vergeben und den weiteren Erdenbewohnern wieder ebenwürdig begegnen, sie das Opfer, Gott, den Amor, lass das Leben und tauf nicht in Vergeben. Dann könnten wir alle spüren, was der Boy bereits zu spüren glaubt. Die Emotionen kommen hoch von einer lang verblühten Zeit, lad sie wieder ein. Nach, 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 nach. Nach, nach, nach. Nach Mingo Life. Diese Kosten bringt der Leuchten. Ja, dazu sind wir alle fähig. So viel ist sicher. Denn alles in unserer Realität ist transformierbar. Und das eben nicht nur für den Boy. Wann der Elend, den Segen um. Und wie schon erwähnt, der Boy weiß jetzt, dass die Natur und die Pflanzenwelt ihm bei allem helfen. Bei jeder Transformation, bei jeder Umwandlung, bei jeder Auflösung, bei jeder Wiederentdeckung und bei jedem Neudefinieren und jeder Neugestaltung. Bin umgeben vom Rauch, heißer Salbei verbrannt, Blockaden gelöst, mach ihn auf diesen Dumpen. Verstaut Emotionen, fließen in Liebe, die Welt fügt sich vertraut wieder an. Lerne vom Urwald, hausch an den Stamm, so erstaunen, was er kann. Vertrau dem Baum, schau, meine Glaubenssitz land. Werdebach im Traum, seh dann vom Raumschiff aus Land. Es ist kein Geheimnis mehr, dass der Boy an Außerirdische glaubt und vielleicht sogar selbst einer ist. Klar ist der physische Fleischanzug von der Erde, aber im ätherischen Sinne und Astralbereich gibt es definitiv Verbindungen zu Sternenvölkern und galaktischer Familie. Dessen sich bewusst werden, ebenso absolut weltverändern, da wir uns sehr viel Rat und Hilfe herbeiführen dürfen. Von erfolgreichen Paradigmen, die bereits umgesetzt sind in friedvolle Welten voller Glück und Segen. Unsere Brüder und Schwestern aus verschiedensten Sternensystemen machen es uns bereits jetzt vor und wir können uns gerne an ihren Ideen bedienen und von ihrem Glaubenssystem profitieren. Und dann wieder zurück auf die Erde, ins Fleisch gebaute Gewand, voller Glück, als würd' ich barfuß laufen im Sand, ja. Voller Glück, als würd' ich barfuß laufen im Sand, ja. Okay? Ich will doch, hinterleucht, so wird jo, okay, man, so leicht. Dankbarkeit die Predigt, stetig und selig, damit die Fese besteh' rein. Nach Sammingo Life, diese Goss, bringt da leucht, so wird jo, okay, man, so leicht. Nach Sammingo Life, diese Goss, bringt da leucht, so wird jo, okay, man, so leicht. Das ist die Goss, kommen hoch von einer langen Fasin, das ist die Goss, dann sind wieder ein, Sammingo Life, das ist die Goss, diese Goss, bringt da leucht. Meine These, die besteht. Der Boy ist absolut überzeugt von sich, seiner These und der Gospel. Trotzdem ertönt manchmal diese Stimme im Kopf des Boys und fragt ihn, Mann, Boy, was machst du da eigentlich? Bist du dir sicher, dass du all das machen willst, nur für diesen Traum, für einen Traum? Es dauert nicht lange. Und beim Boy kommt sofort die Antwort, ja klar. Klar ist es das wert. Was willst denn du jetzt hier von mir, ey? Bist du der, den die Leute Zweifel nennen, oder? Was willst du von mir? Du bist hier sowas von verkehrt am Platz. Doch dann ist sie wieder da. Hey Boy, Mann, es ist mitten im Winter und du fährst mit einem Rennrad irgendwo am Arsch der Welt in Berlin, um ein paar Windräder zu finden, ey. Stundenlang verbringst du damit Zeit. Also, ich würde mir das nochmal gut überlegen. Der Boy fragt sich deshalb sehr oft in solchen Momenten. Was ist es, dass er in dieser Inkarnation wirklich von Herzen erleben will? Und es ist eben nicht ein Standardleben. Was dem Boy einfach ständig und immer wieder Lebensfreude gibt, ist die Musik. Und dafür fährt er auch gerne mal stundenlang Zug- oder S-Bahn. Die meisten seiner Mitbürger fahren ein Auto oder haben eine nice Wohnung in seinem Alter, in dem sie ihrer täglichen Alltagsroutine nachgehen. Dem Boy war das jedoch nie wirklich wichtig. Und es hat ihn auch nie wirklich begeistert. Diese Art zu existieren ist für die anderen. So viel ist mittlerweile auf jeden Fall sicher. Der Boy lebt lieber das Flamingo-Life. Und in dem Flamingo-Life sind so einige Manifestationen schon längst überfällig. Ich darf von der Zeit, darf von der Zeit. Ja, vom Texte schreiben bis zu einem vollständigen Werk ist es ein langer Weg. Aber jeder Schritt, den der Boy geht, ist ein wertvoller. Und am Ziel angekommen ist der Wert nicht mehr in Worte zu fassen. Da waren sie endlich. Diese Windräder. Diese landschaftszerstörenden Windräder. Die mittlerweile überall zu finden sind. Aber mittlerweile sieht sie der Boy als großer Lehrer. Als Lehrer, Geduld zu haben. Als Lehrer, in jeder Situation die Dankbarkeit zu finden. Als Lehrer, in die volle Akzeptanz zu gehen. Das ist nicht immer einfach für jemand, der will. Wirklich denkt, er ist aus einer anderen Zeitlinie inkarniert. Und fest davon überzeugt ist, Wissen in sich zu tragen, wie es anders gehen könnte. Doch was haben wir gelernt? Von der Isis? Genau. Bedingungslose Liebe. Also was bleibt dem Boy übrig? Außer sie alle zu umarmen. Und natürlich das Flamingo live zu leben. Und die Freude zu finden. Sich ihr bewusst zu werden. Und sie dann ins Außen zu leben. Seh wie sich die Windräder drehen. Verteilt übers Land. Muss den Sinn nicht verstehen. Nehm es an, dabei hatten wir schon Pessler. Nehm es an, dabei drück ich... Pessler go one by one. Frag nicht mehr. Plan, play. Spann, setz die Laune. In, go in. Okay. Ja, und wenn er nicht gestorben ist, dann wird er wohl immer noch irgendwo in einem Zimmer, auf der Erde oder in der Natur etwas Kreatives schöpfen. Dankbarkeit predigen und denken, er dürfte alles sein. Das ist der Boy. Das ist die Gospelmusik. Ich darf alles sein. Ich darf alles sein. Komm, 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 komm. Ich darf alles sein. Dankbarkeit gepredigt, stetig und zählig. Und zählig. Ich darf alles sein. Ich darf alles sein. Ich darf alles sein. Ich darf alles sein. Ich fühle diesen Bein. Ich spüre ihn. Ich fühle diesen Bein. Das ist die Gospelmusik. Ich komme hoch von einer langfristigen Zeit. Lass sie wieder ein. Flamingos ist die Gospelmusik. Diese Gospelmusik. Bringt da leicht. So wird jung. Dankbarkeit gepredigt. Dankbarkeit gepredigt. Predigt steht und zählig. Meine Tätik besteht. Flamingo live. Flamingo live. Flamingo live. Flamingo live. Flamingo live. Flamingo live. Ich darf alles sein. Alles sein. Alles sein. Gimmo, 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 gimmo. Alles sein. Alles sein. Ja. Die Fähigkeit. Ah. Flamingo live. Seh wie sich die Windräder drehen. Bis zum nächsten Mal.